Granatapfel, eine Quelle der Inspiration für die medizinische Welt, enthält fast alle Vitamine und Mineralstoffe, die der Mensch für seine Stoffwechselprozesse benötigt. Diese Frucht, die vor tausenden von Jahren für medizinische Zwecke verwendet wurde, ist gut für viele Stoffwechselprobleme, indem sie unserem Körper unglaubliche Vorteile bietet, wenn sie in der richtigen Menge und Zeit konsumiert wird. Was sind die Vor- und Nachteile des Verzehrs von Granatäpfeln? Wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie es uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind jeden Tag mit einem neuen Informationsvideo für Sie da. Was sind die Vorteile des Verzehrs von Granatäpfeln? Die starke antibakterielle und antivirale Wirkung des Granatapfels eliminiert alle schädlichen Mikroorganismen im Darmgewebe. Diese Frucht enthält Pektin, eine Art Ballaststoff. Pektin füttert die nützlichen Bakterien im Darm. Darüber hinaus enthält Granatapfel lösliche und unlösliche Ballaststoffe, die für die Verdauung äußerst wichtig sind. Lösliche Ballaststoffe ziehen Wasser in das Darmgewebe und erleichtern so die Zirkulation der Nahrung im Verdauungstrakt. Andererseits hat diese Frucht einen sehr hohen Gehalt an Antioxidantien. Antioxidantien machen den Körper widerstandsfähiger gegen Krankheiten und bilden einen starken Abwehrschild gegen Krankheiten, die durch freie Radikale, Bakterien und Viren verursacht werden. Quercetin, ein Flavonoid, hat sehr positive Aktivitäten bei der Verringerung von Entzündungen und der Stärkung des Immunsystems. Das Vitamin C im Granatapfel stärkt das Immunsystem und sorgt dafür, dass virusbedingte Krankheiten schnell beseitigt werden. Aufgrund der aktiven Eigenschaften des Granatapfels trägt er dank Antioxidantien indirekt zum Schutz vor Herzkreislauferkrankungen bei. Diese Frucht, die die Qualität des Blutflusses erhöht, übernimmt sehr wichtige Aufgaben für den Schutz des richtigen Blutflusses. Es schafft einen starken Abwehrmechanismus gegen Herzkreislauferkrankungen. Mit seinem Beitrag zum Kreislaufsystem hilft es, Gefäßverschlüsse zu verhindern, indem es die Menge an Lipiden im Blut reguliert. Die richtige Menge an Granatapfelkonsum gleicht den Blutdruck aus. Granatapfel für gesündere Gehirnfunktionen Der regelmäßige Verzehr von Granatapfel verbessert das Gedächtnis und die kognitiven Funktionen. Es zeigt positive Aktivitäten insbesondere bei der Behandlung von kognitiven Problemen wie Vergesslichkeit, Ablenkung, Stress und Konzentrationsstörungen aufgrund von Vitaminmangel. Granatapfel stärkt wissenschaftliche Aktivitäten, indem er die Zellstruktur vor zwischen Gehirnzellen gebildeten Neurotoxinen schützt. Darüber hinaus sorgt Granatapfel für die Fortsetzung einer gesunden Durchblutung des Körpers. Es beseitigt die Probleme der Anämie mit dem darin enthaltenen Eisen. Somit beseitigt es die Symptome einer Anämie wie Müdigkeit, chronische Müdigkeit und niedrige Energie. Granatapfel für gesündere Knochen Diese Frucht, die viel Vitamin K und Mangan enthält, ist sehr wichtig für unsere Knochengesundheit. Die Phenole in den weißen Körperteilen helfen dem Körper, Calcium wesentlich effizienter und in hoher Qualität zu verwerten. Außerdem ist das enthaltene Kalium sehr wichtig für den Muskelaufbau, kontrolliert Muskelkontraktionen und verbessert das Muskelgewebe. Es verschafft den Muskeln Ruhe und baut Spannungen ab. Ist Granatapfel also schädlich? Zunächst einmal ist der Granatapfel zwar gesund, aber im Grunde eine Frucht und hat einen gewissen Zuckergehalt. Aus diesem Grund sollten Diabetiker beim Verzehr von Granatapfel vorsichtig sein. Darüber hinaus verursacht es aufgrund der dichten Ballaststoffe, wenn es in kurzer Zeit zu viel konsumiert wird, Verdauungsprobleme, indem es den Magen- und Darmkanal zu stark belegt. Es ist sehr wichtig, die richtige Menge einzustellen. Besonders Granatapfelsaft kann in manchen Fällen Blähungen verursachen. Übermäßiger Verzehr von Granatapfelsaft führt bei Kindern und Erwachsenen zu Blähungen. Obwohl es im Vergleich zu anderen Früchten nicht viele volumetrische Kalorien enthält, kann es jedoch die Gewichtskontrolle erschweren, wenn es unbewusst und übermäßig konsumiert wird. Andererseits ist Granatapfelschale eine der Substanzen, die die Medizinwelt heute aktiv bei der Herstellung von Arzneimitteln verwendet. Aus diesem Grund kann es beim Verzehr von Granatapfel zu Wechselwirkungen mit den verwendeten Medikamenten kommen. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor dem Verzehr von Granatapfel, insbesondere wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen. Wie viel sollte Granatapfel konsumiert werden? Experten empfehlen den Verzehr eines halben Granatapfels am Tag, drei bis vier Tage die Woche, besonders während der Saison. Das Hinzufügen von Granatapfel zu Salaten, Mahlzeiten oder Joghurt erhöht Ihre Gesundheit. Angesichts dieser Informationen können Sie Granatapfel in Ihr Ernährungsprogramm aufnehmen und langfristig von seinen Vorteilen profitieren. Wenn Dir unser Video gefällt, vergiss nicht, es zu mögen und unseren Kanal zu abonnieren, falls Du es noch nicht getan hast. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie informiert.